So meine lieben heute zeige ich euch noch mal alle Ultis, aber bevor wir zu den ganzen Ultis kommen, zeige ich euch noch Team plus Ultras, ja, hier gibt es auch Team plus Ultras und da gibt es wirklich den ein oder anderen, wo ich sagen muss, das sieht echt nice aus Wie gesagt, ich muss wieder noch so ein paar abgucken, weil ich ehrlich gesagt, ich weiß, wer alles was hat, aber ich kann ich das ja mal zeigen So als erstes nehmen wir auf jeden Fall Humora, Garaki, da nehmen wir unsere schöne Waipu und unsere Dabi und einfach drei zufällige Scheißegal So, und zwar müssen wir Wir müssen auf jeden Fall, als erstes, wenn wir die ganze Kack nach oben machen So, und dann machen wir einfach nur Y und B, bis ich weiter zum drückzeiten Da kommen diese 3er Ults Zack Was ist hier? Ein Team plus Ultras, der echt mega geil aussieht Der wird echt mal So, und das war schon der erste Dann gehen wir zum weiter, wir noch irgendwie zur Charakterauswahl, wie gesagt, wir kennen ja sozusagen Der zweite ist auch mit einem Schurken-Team und zwar unser Compress Doch mit unserer kleinen und natürlich den Deadpool-Fake Und natürlich den Deadpool-Fake Finden wir dann einfach so bei randoms Und, äh, ja, es hat aber wieder So, wie guckt So, wie gesagt, ich muss mir das ja noch ein bisschen abgucken Und zwar, wir machen dann auch ein Buster Da gibt es auch Fusion Dragon Ball Fusion Das sieht aber mega geil aus Ich will das hier cool aus Gebt das euch aus, gefalle mehr sowas von Schaden aus Oh, komm zum nächsten Team Wie gesagt, wir machen das ganze Beruhe Wenn ich nicht auf Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteam, was ich recht lustig finde Und zwar haben wir da unseren Wackenbo Dann haben wir ihn hier Und natürlich hier, ähm, den drehen müssen wir auch eine Team Ultramachen Und jetzt haben wir das nicht Spiel ich noch vor, damit wir schon mal Nächste Team haben Oh, sofort, 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 sofort So, ich mach mir das genauso Das sieht auch mega geil aus Das ist momentan mein Lieblings-Ult Ich hab meine zwei Tierpins Es gibt noch eine, die ich besser finde Weil die sieht auch arschgeil aus Ich finde das so geil So, der nächste Team ist, ähm, ja, ein Team, das wir wahrscheinlich sehr mögen, das ist meine Nummer 1 in Oletis Bin ich Meiner Meinung nach so Und, ihr werdet auch gleich sehen, warum ich finde diese Ulti ist einfach so was von geil aus So, ich spiele da mal so Ich geh zu viel weiter Ich geh zuvor weiter Oh Das, das, das sieht auch geil aus, das ist mein allerliebste Spiel, das, das, finde ich geil die beiden so als tagteam erfreut sich für diese so dass er so nah ist da kommen wir zum team natürlich unseren nächsten hier das gegner ist meine mit seinem oktopussis und das werdet ihr wahrscheinlich noch kennen aus dem spiel und da machen wir es richtig und zwar und die beiden dann das wäre schön jetzt haben wir natürlich noch ein team ich weiß nicht ich kann mal gucken was schon der letzte ist haben wir waren kann ja ist wohl schon das letzte er gibt es hier leider nicht und ja das letzte nachdem wir rüber zu den ganzen das machen wir aber im nächsten video noch bevor ich muss einsetzen das war ist ja kein das ist ja kein noch gesehen habe glaube ich einfach falsch eingesetzt hat oder so kann noch mal können wir noch mal nehmen vor wir machen wir setzen setzen und hier mit den schönen finden und ja dann geht noch das nächste video machen wir dann den rest würde ich mal so sagen ist doch ganz nice ja 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 Ich fände sie so ultimall. Das waren so alle Team Ultras, ich hoffe es hat euch gefallen, wir werden natürlich jetzt am nächsten Part anfangen alle Ultras, also alle Attacke zu machen die es gibt, alle Plus Ultras machen, aber wir fangen natürlich am nächsten Part wieder an und ja ich hoffe ihr habt Bock darauf. Bis dahin wünschen euch noch einen schönen Tag, hau da rein bis zum nächsten Mal, ciao.